Was ist für uns wichtig, dass wir mit Connected Drive jetzt einen großen Schritt in die Zukunft machen und neue Technologien und neue Bedienkonzepte auch integrieren. Wir haben mit dem neuen 7er jetzt ein System, was auf unseren bewährten iDrive-Controller aufsetzt. Wir haben ein System, was Touch integriert, wo wir über den Touchscreen interagieren können. Wir haben ein System, was mit Voice, also Sprachsteuerung zu bedienen ist. Und wir haben jetzt ganz neu im 7er eine Gestiksteuerung, wo wir ausgewählte Funktionen sehr robust mit unseren einzelnen Gesten bedienen können. Die Gestiksteuerung funktioniert, indem wir in einem Raum, der durch eine Kamera im Dach definiert ist, eine bestimmte Handbewegung ausführen und damit eine Interaktion mit dem Fahrzeug auslösen. Also wir können etwas bedienen. Zum Beispiel kann ich die Lautstärke im Fahrzeug verändern, indem ich meinen Finger kreisen lasse und damit sozusagen die Lautstärke hoch oder auch wieder runter regle. Das ist eine globale Geste, die immer funktioniert, egal was auf meinem Schirm gerade angezeigt wird. Ich habe aber auch spezielle Gesten, die, wenn ich zum Beispiel einen Anruf habe und der kommt hinein, kontextsensitiv agieren. Ich habe hier diesen Anruf und ich möchte gerne mit Angelina sprechen und dann kann ich einfach mit der Geste den Anruf annehmen und kann mit ihr sprechen. Ähnliches gilt für ablehnen. Mit einer einfachen Wischgeste kann ich den Anrufer ablehnen, sodass er zu meiner Mailbox geroutet wird. Connected Drive plays a major role in our future enhancement for HMI systems. So we have included our iDrive controller, well known to all BMW drivers to operate our iDrive. We also included now a full-touch display, where you can use touch, pinch and swipe gestures, as we know from the CE industry. We also include and extend our voice control, where we will have not just commando-based language, but also natural speaking. And in addition to that, very new in the 7 Series, we will have gesture control. So open room gesture control to initiate certain commandos or interact with the vehicle for very efficient reasons. Very simple. We have this room up here, which is monitored by a camera, infrared camera that can actually capture your motion right in this room. And for example, with this simple gesture, I can turn up the volume or I can turn it back down. Also, we have gestures that are context sensitive. This is a global gesture working in any screen. Context sensitive gestures will actually work in certain screens at certain occasions when you have to draw your attention. So I will initiate a call. I will get called now and I see Heather is calling me. I'm waiting for a call. And what I do is actually I accept the call with a simple gesture and then I can talk to Heather. Let's hang up on Heather, but initiate another call. If I have a call and somebody calls and I'm distracted, I don't want to talk or I want to send this person to my voicemail, I can just decline the call very easily with this simple gesture. This gesture will not work under any other condition just when this initiation comes up. Hello? You have dialed my number. Hello? You have dialed my number, but unfortunately I am not at home. This gesture will not work under any other condition just when these issues are ablaze. I don't know. I have dialed my number from the Sunday morning. This person will have dialed my number, but if it is now, I can't flront the button or wait until please, if it is now. 7, 8, 9. 7, 8, 9, 7, 8, 9.